Die drei begehrtesten Männer unter den Sternzeichen Skorpion Skorpionmänner sind extrem charismatisch und unwiderstehlich attraktiv. Nur ein Blick genügt und du wirst begeistert sein. Sie besitzen eine hypnotisierende Energie, der keine Frau widerstehen kann. Aber wenn man tiefer in das Herz eines Skorpions schaut, wird man sehen, dass sie sehr kompliziert sind. Es braucht viel Mühe, um dieses Herz zu erobern. Falls es dir aber gelingt, wird die Liebe und Hingabe eines Skorpions nie nachlassen. Anfangs mögen sie ein wenig kompliziert wirken, aber im Inneren sind sie die loyalsten Männer, die man finden kann. Sie haben ein Herz aus Gold, das man nie loslassen sollte. Nur eine starke Frau kann mit einem Skorpionmann zusammen sein. Denn sie sind extrem ehrlich, was manchmal schmerzhaft sein kann. Wenn du mit ihm zusammen sein willst, musst du eine dicke Haut haben, weil er seinen Mund nicht halten wird, selbst wenn es weh tut. Abgesehen davon ist ihr Hauptziel, ihren Partner zum glücklichsten Menschen zu machen, wenn sie verliebt sind. Im Grunde genommen sind Skorpionmänner die geeignetsten Männer zum Zusammensein oder heiraten und den Rest deines Lebens mit ihnen zu verbringen. Zwillinge Ein Zwilling ist die Definition eines wahren Gentleman. Ein Zwilling macht alles anders mit einer Dosis-Feingefühl. Ihre Qualitäten bringen Frauen dazu, sich in Sekundenschnelle in sie zu verlieben. Ihre Ausdrucksweise und ihr Verhalten sind Eigenschaften, die fast jede Frau in einem Mann sucht. Abgesehen von ihrem Verhalten haben sie Charaktereigenschaften, die dich dazu bringen werden, an ihnen festzuhalten und sie nie gehen lassen zu wollen. Im Gegensatz zu den meisten Männern sprechen Zwillinge nicht nur über sich selbst, sie hören auch anderen gerne zu. Und wenn du mit deiner Geschichte fertig bist, werden sie dir genau sagen, was sie über deine Situation denken und was sie an deiner Stelle tun würden. Ihre feminine Seite ist sehr ausgeprägt, ebenso wie ihre maskuline Seite. Das ist einer der Gründe, warum sie Frauen so gut verstehen und sich von Anfang an für ihre Probleme interessieren. Sie sind auch extrem freundlich und Zwillinge sind auch verdammt sexy. Dabei geht es nicht nur um das Aussehen, sondern auch um die Haltung. Wenn du mit einem Zwilling flirtest, werde eine sexy Antwort auf alles, was du sagst, haben. Waage Waagemänner sind einfach die besten Verführer. Deine Befriedigung ist das, was ihn antreibt. Wenn du also mit einer Waage zusammen bist, kannst du immer sicher sein, dass er alles tun wird, um dich sexuell zu verwöhnen. Andernfalls wird er mit seiner Leistung nicht zufrieden sein. Sie nutzen ihre künstlerische und kreative Seite zum Verführen. Ihre Dates und romantischen Gesten sind einzigartig. Niemand kann dir romantische Überraschungen wie eine Waage bereiten. Sie streiten nicht gerne, daher werden sie es so gut wie möglich vermeiden. Aber wenn sie wirklich einen Standpunkt beweisen wollen, werden sie hartnäckig sein und versuchen, dich davon zu überzeugen, dass sie Recht haben. Normalerweise haben sie es auch. Nichtsdestotrotz wird ein Waagemann dich nie enttäuschen. Er wird immer an deiner Seite sein, egal was passiert. Und selbst wenn ihr euch streitet und ein Chaos entsteht, wird er mit tröstenden Worten zu dir kommen, weil er es nicht ertragen kann, dich traurig zu sehen. 21. 26. 26. 27. 25.